Hallo ihr Lieben, ich bin Christian Schumacher, Pateraport, Diplompsychologe an verschiedenen Stellen in Deutschland und holt euch noch das Buch, mein neues, neue Dimension der Liebe und vielen Dank schon für die Rezensionen und schon die afrigen Käufe. Ja, heute geht es um das Thema, das ich noch mehr bekommen, mit Fragen zu Autismus und Borderline. Was haben wir denn heute, 1. Mai? Also Selbstliebe-Challengefehler los, Manifestations-Challenge. Und ich wollte schon mal hinweisen auf meine Ausbildung für Paartherapie und Einzelberatung, beziehungsweise Paarberatung und Einzelberatung, um genau zu sein. Und weil es geht im November los, aber ich wollte schon mal auch so ein bisschen andeuten, dass leider auch wir unsere Preise erhöhen werden. Wann genau, würden wir denn auf jeden Fall noch rechtzeitig sagen. Aber was man jetzt schon im Säckel hat, kann natürlich nicht teurer werden, sag ich mal. Ja, alte westfälische Weisheit. Ja, dann schauen wir doch mal in die lustige Mail. Wenn du auch Fragen stellen willst, kannst du ein Formular auf liebeschip.de machen. So, lieber Christian, danke für deine tolle Arbeit. Ich bekomme mit, dass sie sehr vielen hilft. Ich weiß nicht, ob das zu speziell ist, aber vielleicht wäre es auch mal interessant, ein Video zum Thema Dating und Autismus zu machen. Ein, wird jetzt hier ein YouTube-Kanal genannt, leistet auf YouTube super Arbeit mit den Schwerpunkten Autismus und Borderline, insbesondere auch dem Match Borderline Autismus. Ich wüsste sonst nicht, wo das als Komplementar-Störung geschrieben wird und schon gar nicht in dieser Ausführlichkeit. Es ist auf den ersten Blick auch für jemanden mit Fachwissen nicht so offensichtlich, aber ich kann das auch aus eigener Erfahrung in zweiter Hand bestätigen. Allerdings geht dieser Kanal nicht wirklich auf Dating-Tipps an, gibt meiner Erinnerung nach auch nicht so viele Beziehungstipps. Vielleicht hast du ein paar Gedanken dazu oder dich interessiert das einfach. Rock on, be have fun. Hm, ja gut, ich kann mich natürlich jetzt nicht zu diesem anderen Kanal äußern, groß, den ich jetzt nicht kenne. Was ich jetzt sagen kann, falls das die Frage ein bisschen beantwortet ist, dass es jetzt nicht übermäßig große Überschnitte gibt zwischen Autismus und Borderline, falls das eine Frage war. Also ich habe das auch noch mal recherchiert. Was ich hier gefunden habe, ist eine Komorbidität, wie man das sagt, wurde da so in so einer Forschung um zwischen drei und fünf Prozent genannt. Natürlich gibt es immer Leute, die mehrere Diagnosen kriegen, aber das finde ich jetzt nicht so super hoch, sage ich mal. Und ja, klar gibt es immer diese Differenzialdiagnosen, aber bei Autismus und Borderline ist es halt so, dass zwar schon beide so Empathie-Probleme haben können, aber bei Autismus ist es halt, hoffe ich, dieses superrationale Denken und diese Spezialbegabung bei Borderline ist diese dramatische Emotionalität und da scheint mir diese beiden Sachen doch sehr zu unterscheiden und auch von der Genese her, wenn mir jetzt nicht bekannt ist, dass es da so eine gemeinsame Genese gibt von diesem Problem. Genau, ansonsten habe ich jetzt extra ja dieses Konzept mit Shandas und D-Rakern zusammengestellt für euch, was ja auch in meinem Modul 1 des Umprogrammierungs-Liebeschips, damit ihr nicht so viel überlegen müsst, wer hat denn welche Störung, weil ja, also ich kann mir jetzt schon, ich meine, über Borderline haben wir ja genug gesprochen hier, denke ich, auf dem Kanal, aber natürlich jemand, der jetzt Autismus-Spektrumstörungen hat, man wird ja auch in der Zukunft nicht mehr die Begriffe Asperger und Autismus verwenden, wie CD11 ist es dann Autismus-Spektrumstörungen. Ja, gut, das ist jetzt jemand, das ist sicherlich nicht leicht in der Beziehung, wenn jemand, ja, Schwierigkeiten hat, wahrscheinlich bestimmte Feinheiten von sozialer Interaktion und Sprache wahrzunehmen, beziehungsweise vielleicht auch ganz andere Bedürfnisse hat, also viele Autisten und Autistinnen haben ja auch ein ganz anderes Bedürfnis nach Zeit für sich, alleine sein, wollen vielleicht gar nicht so viel Nähe haben. Also was ich hatte damals auch im Studium da mit Autismus zu tun, weil ich ziemlich viel Entwicklungspsychologie auch gemacht hatte und bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das der neueste Forschungsstand ist, aber ich vermute mal, dass ich da nicht so wahnsinnig viel geändert habe. Da gab es diese Theory of Mind, also dass Autisten halt eine Schwierigkeit haben, ein Modell zu entwickeln, wie der menschliche Geist funktioniert, weil, also wir können uns nur deswegen empathisch in jemand reinversetzen, weil wir ein Modell haben, wie die menschliche Psyche funktioniert. Also wird es ein bisschen zu lange dauern, das alles zu erklären, aber wenn ich sozusagen kein Modell entwickeln kann, wie die menschliche Psyche funktioniert, dann erkenne ich auch nicht die menschliche Psyche in der Umwelt so. Also dann sehe ich da zwar vielleicht jemand, der auf mich einredet oder irgendwas mit mir macht, aber ich nehme ihn nicht wahr als ein, also jetzt in einer Extremform oder für autistische Kinder, nehme ihn nicht in dieser Form wahr als ein, ja ein anderes menschliches Wesen, was vielleicht genauso denkt wie ich und wo man sich dann reinversetzen kann, sondern das führt dann unter Umständen dazu eben, dass man, ja Menschen nicht so emotional wahrnimmt, sondern eben mehr auf so einer praktischen, rationalen Weise und sicherlich, wenn man dann älter wird und Kinder älter werden und erwachsen werden, wird sich sicherlich da einiges dran ändern, aber das wurde halt immer viel diskutiert und das macht natürlich Beziehungen nicht leichter. Wie gesagt, wobei ich auch nicht glaube, dass jeder Autist oder jede Autistin, wie sagt man heute, weißt du noch, neuronym, nee neurotypisch sagt man heute, es gibt ja so schöne neue Begriffe, jeder der Autismus hat, eine neurotypische, normative Beziehung führen will überhaupt. Von daher spielt da sicherlich auch das Matching eine große Rolle. Also natürlich, wenn ich jetzt jemand bin, der so ein pluspoliges Schema hat, dann kann das natürlich auch zu Problemen führen, wobei ich mir vorstellen würde, dass die Probleme nicht so groß sind, wie bei den Sachen, die wir ja sonst besprechen, mit Lügen, Manipulieren, also da scheint mir immer ein viel größeres Potenzial zu sein, für zum Beispiel Liebessucht zu entwickeln und so weiter. Also als Komplementärstörung, wie wir das glaube ich machen, ist, dass einer jetzt Borderliner hat, einer Autismus, stelle ich mir ganz schrecklich vor, muss ich euch sagen, aber dass das jetzt so bekannt ist als Match, also das wäre mir jetzt neu, muss ich echt sagen. Also was ich immer sehe bei, also wie gesagt, jetzt nichts gegen Borderliner natürlich, ich meine, ich meins ist ja sowieso, das muss man immer wieder sagen, einfach ein Beziehungskanal. Ich kümmere mich halt um die Leute, die in Beziehung sind und nicht so sehr um diese Störung. Ja, also was ich immer sehe, wenn Menschen daten, die scheinbar so in die Richtung gehen, Borderline, dann sehe ich halt vor allem dieses Co-Aping und retten wollen, das sehe ich so als Riesenthema. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist meiner Ansicht nach, das Match in Hell ist tatsächlich, was ich auch sehe, bei höchst toxischen Beziehungen, wirklich so, das Weltklasse-Level an toxischen Beziehungen, sich halt so ein Match vom Borderline und Narzissmus so, das gibt es durchaus und passt scheinbar ziemlich gut zusammen. Aber das wäre mir jetzt neu, muss ich zugeben. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Allgemein bin ich ja immer der Meinung, dass, also ich hoffe, dass auch mal ein paar mehr von meinen Kollegen vielleicht auf YouTube kommen und da, wie gesagt, ich kenne jetzt diesen speziellen Kanal nicht, ich kann auch gar nichts, deswegen habe ich ihn auch gar nicht genannt, kann auch gar nichts zu sagen. Ich würde mir halt wünschen, natürlich ist YouTube auch ein Ort, wo Leute sich mit ihren persönlichen Betroffenheiten ausdrücken können und allen möglichen. Mir wäre er persönlich lieb, dass es mehr wirklich Leute hier auch Content machen, die das studiert haben. Überraschung, das ist ja, hatte ich auch neulich einen Artikel drüber gelesen, dass wir ja in einer Zeit leben, wo, ja, jeder ist Hobbypsychologe, jeder weiß immer alles und ich finde das immer schade, dass man so denkt, man könnte das mit ein bisschen persönlicher Erfahrung und mal drei Videos geguckt und ein Buch gelesen, was ich jetzt nicht weiß, ob das bei dem Kanal, der jetzt hier gemeint ist, den ich auch gar nicht nenne, ob das da der Fall ist, weiß ich natürlich nicht. Aber ganz allgemein gesagt, gibt es einen Grund, warum man das sechs, sieben Jahre studiert studiert und noch jahrelang eine entsprechende Ausbildung oben drauf packt, gibt es einen Grund für und weil es eben nicht mal eben so in der Tiefe erfassbar ist für Leute, die es nicht studiert haben und die es, ja, ich weiß auch nicht, warum man das immer wieder sagen muss bei Psychologie, wie gesagt, das Tummel der Social Media fließt ja über vor Hobbypsychologen und ich finde es ziemlich innervierend. Auf der anderen Seite good for me, steht man natürlich mit entsprechendem Fachwissen ganz schön raus hier, das ist natürlich auch wieder gut für mich, sagen wir mal so. Also von daher, was soll's. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.